Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir stehen hier vorm Schloss Nektropos und in dieses Schloss wollen wir mal reingehen. Wir werden uns hier wahrscheinlich durchkämpfen müssen und den Fürst Everling töten müssen. Also werden wir einfach mal losgehen. Ich weiß nicht, wie hart es sein wird, ob wir hier wirklich Massen von Gegnern umhauen müssen, ob wir uns vielleicht sogar teilweise durchschleichen können. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Das werden wir jetzt alles Stück für Stück sehen müssen. Und wir müssen aber vorher erstmal auf den wunderschönen Swoon-Server warten. Yay! Also auf jeden Fall ist Nektropos-Schloss eigentlich eine Instanz für bis zu sechs Spielern. Mit sehr, sehr viel Geschick könnten wir es als Magier schaffen, einiges aus dem Schloss wegzuräumen. Wir werden wahrscheinlich nie das ganze Schloss leerräumen können, aber wir können hier wahrscheinlich einiges machen, erreichen und sowas. Ähm, um es uns einfacher zu machen, werden wir erstmal hier nochmal was zu trinken nehmen. Hier haben wir noch ein bisschen Tümpelsaft. Und wir müssen nochmal was zu essen haben, genau hier. Herzhaftes Romlet oder Heldenpastete. Ähm, nehmen wir erstmal das Romlet. Einfach damit wir hier mal ein bisschen was auch loswerden aus unserem Rucksack. Untote Wachhunde. Und Flickwerk-Arbeiter. Vision von Hass. Als ich den Hof von Schloss Nektropos überquert habe, hat mich plötzlich eine seltsame und äußerst heftige Wut befallen. Ich habe plötzlich eine Version erlebt, in der die Eberling-Diener meine Familie erschlagen haben. Und sie hat mich mit einem tiefen Hassgefühl und dem Verlangen nach Vergeltung erfüllt. Obwohl ich die Version nicht verstehe, fühle ich mich dazu überzwungen, die Eberling-Diener auszulöschen. Okay, wir sind schon mal hier richtig. Fürst Eberling und sowas alles. Ist auch schon mal nicht schlecht. Wir müssen hier extrem vorsichtig sein, in welcher Reihenfolge wir hier pullen und sowas auch, ne? Wer seid ihr? Der wagt jetzt die Macht von Eldin herauszufordern. Einen Moment mal. Wer seid ihr? Na, erkennst du nicht die Macht der Unlebenden? Ich bin Eldin, der größte Nekromant aller Zeiten. Aha, und was tut ihr hier? Nun, ehrlich gesagt, bin ich in einer Sackgasse gelandet. In diesem Schloss gehen einige der mächtigsten Geister um, auf die ich je gestoßen bin. Ich hatte gehofft, einige von ihnen benutzen zu können, um meine Armee der untoten Schergen zu vergrößern. Aha, und in welcher Sackgasse steckt ihr? Diese anderen Geister lenken übermäßig viel Aufmerksamkeit auf meine Anwesenheit hier. Es ist schwer, sich an seine Beute heranzustreichen, wenn sie schon weiß, aus welcher Richtung man kommt. Ich fürchte, ich muss das Schloss mit leeren Händen verlassen. Kann ich etwas tun, nur um euch zu helfen? Vielleicht könnt ihr mir helfen, aber ihr seid nicht anhierend so bewandert in den Künsten der Untoten wie ich. Wenn ihr in die Ehe dahin hineingeht und einige Geister vertreibt, lassen sie vielleicht etwas Persönliches zurück. Mehr brauche ich nicht, um die Kontrolle über diese aufsässigen Geister zu übernehmen. Na schön, aber ich erwarte, dass mir meine Zeit gut bezahlt wird. Schmuckstück der Toten. Ich werde euch bezahlen. Geht nur hinein, ob ich mir alle schätze, die ihr finden könnt. Wenn ihr fertig seid, kommt zu mir zurück und ich kümmere mich um eure Bezahlung. Okay, keine Ursache. Aha. So, ich werde mal ganz hier rüber gehen. Warte mal, die Gargoyles. Scheiße, sind auf beiden Seiten miteinander verknüpft. Das heißt, wir werden diesen Gargoyle hier fesseln. Und der andere wird kommen. So. Aber die sind Stufe 31, das heißt, wir haben nicht die ärdesten Gegner gegen uns. Nur die Bosse werden hier wahrscheinlich extremst hart. So, hier, zack. Aber die machen nicht viel Schaden, merke ich gerade. Die kriegen hier fast gar keinen Schaden, das ist extrem gut. So, hier. Press unsere Angriffe. Scheiß Gargoyle. So, hier, zack. Und noch ein Feuerball. Ich meine, wir werden, wir verbrauchen hier wirklich Unmengen an Mana. Seht ihr ja gerade selber. Aber wir haben auch eine gute, außerhalb des Kampfes, Energie-Regination jetzt. Dank unserem Essen, was wir haben. Da habe ich ja mich jetzt extra darum gekümmert, dass wir dann uns schneller erholen. So, Flickwerk, Abriecher und untote Wachhunde. Boah. Das wird schwer. Hm. Vor allem, wenn ich wahrscheinlich einen von den beiden Gruppen pulle, kommt die zweite mit. Und die zwei Gruppen auseinander zu kriegen, ist fast unmöglich. Das Einzige, was man versuchen könnte, wäre ein sogenannter Buddy-Pull. Das heißt, ich gehe gerade eben mit meinem Körper in die Nähe, dass sie aggressiv werden. Ja. Ähm, ja, hier nochmal, ein bisschen näher. Nein, der will nicht. Äh. Also, das ist eine bekannte Instanzen-Taktik. Ne, die stehen mir jetzt absolut zunatt, aneinander umgeraten, um Buddy-Pull zu versuchen. Also, ein Buddy-Pull heißt, ich ziehe wirklich nur die Akro-Rot von denen, weil ich die ja noch nicht angreife. Ähm, werden andere in der Nähe nicht, ähm, mit alarmiert. Sondern die kommen halt von sich aus, ähm, aufgrund ihres Aggressivitäts-Radius. Kommen sie an. Das ist, ähm, die... Der Gedanke, der hinter dem Buddy-Pull steckt. Oh, jetzt, jetzt ist es beste Gelegenheit. Ja, wohl. Die haben wir. So, jetzt muss ich den Flick-Werk-Arbeiter erstmal aus dem Weg räumen. Mit den Fesseln. Damit wir hier die untoten Wachhunde erstmal schnell aus dem Weg räumen können. Mit verstärkten Feuerballons, so wird das ganz schnell erledigt sein. Ja, passt. Kriegen wir hin. Nummer 1. Und Nummer 2 kommt jetzt direkt hinterher. So. Und den Flick-Werk-Arbeiter als nächstes jetzt fesseln wieder. So, und jetzt hauen wir ihn mit allem um, was wir haben. Hauen wir ihn mit ein paar Dots kaputt. Und, dass er so viel Schaden kriegt, dass er auf einen Schlag, dass er nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Aber man sieht, unsere Dots sind eigentlich deutlich schwächer als unsere anderen Skills. Als unsere direkt Schaden-Skills. Ich meine, die Opferung ist noch was anderes. Die hat ja auch einen hohen Initial-Schaden, aber die anderen sind nicht so doll. So, wir haben immerhin schon mal auch ein erstes Teil gefunden, was wir brauchten. Und ein zerfallendes Zombie-Organ für Wissen und Legende Zombie. Muss man alles immer mit beachten. Also, wir kommen hier gut voran. Und wir kriegen auch extrem viel Erfahrung, wenn ihr mal unten auf unsere Erfahrungsleiste achtet. So. Ich mach das mal bewusst einfach irgendwie so. Ich meine, guck mal, wir hauen die Mobs hier so schnell um. Die können uns nicht viel anhaben. Und wenn, dann kommt hier ein blauer Balken durch und zack, wir sind wieder gut dabei mit unserem Punkt. Ich meine, eigentlich ist es ganz naiv so zu denken, dass wir hier alles locker machen, aber... Eigentlich machen wir es ja relativ locker hier. So ein Locker-Flockig, hauen wir die alle ganz viel hier mal eben weg. Naja, oder mehr oder weniger locker, aber wir kriegen die ja gut weg. So, hier, tot. Siehst du, so einfach geht das. Boah! Ach du Scheiße, wir bekommen aus einem einzigen Wachhund teilweise 42 Silber. Ach du Scheiße. Wir werden ja reich hier durch die Instanz, wenn wir hier so weitermachen. Boah, das hab ich ja total vergessen, dass es hier in den Instanz richtig gut Geld gibt. Und dort hinten ist etwas, was wir brauchen. So, das sind drei Obsidian-Gargoyles, die für sich solo stehen. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht durch die Wand. Dann kann ich den nämlich dort links alleine kriegen. Wenn ich es schaffe, ihn erst mit dem Dauergefessel zu halten. Nein! Scheiße! Kommt, dann gibt es ein Kumpel dazu. Ich hätte doch wieder einen Buddy-Pull gemacht sollen. Ich muss hier gucken, dass ich das wirklich irgendwie auf die Reihe kriege, beide gleichzeitig umzuhauen. So, den wieder fesseln. Aber anscheinend sind die Obsidian-Gargoyles ziemlich anfällig gegen Magie, sodass die hier ziemlich lange gefesselt sind. So, wieder den anderen hier fesseln. Ich meine, so lange Fesseln kriege ich selten hin. Selten. Jawohl. Nummer eins. So, und ich hau hier auch. Warte, du bist auch tot. Perfekt. Ah ne, die gehörten doch zusammen. Und zwar in der linke und der rechte. Boah. Ich hatte ein riesenglück gehabt, dass der mittlere nicht mitgekommen ist. Hätte ich das gewusst? Ach du Scheiße. Aber ich bin echt immer noch überrascht, wie genial, geil, gut wir hier diese Instanz gerade schaffen. Boah, ich hab echt mal richtig Bock, immer wieder in EverQuest 2 in der Instanz auch mal in einer Gruppe zu laufen. Das waren noch Zeiten. Boah, das waren richtig geile Zeiten damals. Also da, wenn wir mal irgendwie das Setup da oder so im Let's Play einen Raid zu machen. Ich, ähm, schläge mich gerne zur Verfügung, dass wir dann da zusammen in der Instanz laufen. Da würde ich mich echt mal wieder drauf freuen. So, da ist ein Stalljunge, den müssen wir eben schnell unschnappen. Bevor er wieder weg ist. So, eben fesseln. Wenn ich jetzt Scheiße gebaut habe, habe ich den halben Stall gerade gepullt. Aber anscheinend habe ich das nicht getan. Von daher können wir in aller Uhr hier ein bisschen weiter kämpfen gerade. Einmal fesseln. Naja, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Anscheinend sind die Moves wirklich unterschiedlich anfällig dagegen. So, Fesselung nochmal. Und Solarbrand. Bisschenweise Feuerball zum Tode. Zack. Feole mit geisterhafter Essenz. Und eine Schatztruhe. Paket des Dukan. Erpackt des Dukan für den Schattenritter. Wunderbar. Präten ist ein Fragezeichen. Das nehmen wir uns natürlich mit. Und wie ihr seht, erholen wir uns wirklich extrem gut und schnell. Das freut mich gerade auch richtig, dass wir hier wirklich dann ziemlich bald dazukommen, weiterzumachen. So, in die Stelle gehe ich mal kurz unsichtbar rein, damit ich mir einen guten Überblick verschaffen kann. Wo habe ich denn schon wieder... Ah, habe ich die Unsichtbarkeit hingepackt. Ich glaube, zwar hilft die nichts gegen die meisten Mobs hier, aber wer weiß. Da ist noch der Schweinefürst. Den werden wir auch auf jeden Fall umhauen. Der kann uns auch sehen. Wir aber ihn jetzt gerade nicht. Deshalb stellen wir uns mal hier hin. So. Festung hat gewirkt. Perfekt. Dann können wir ihn hier nämlich aus der Entfernung in alle... Boah. Habt ihr das gerade gesehen? 1800. Wir haben gerade einen kritischen Treffer gelandet. So, nochmal hier eine Festung. Ey, ich habe doch gerade eine neue Festung drauf gemacht. Dieser Arsch. Hier, Festung. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nur umhauen. Okay. Gut. Zauber. Mana-Verbrennung. Wenn er uns umhaut... Scheiße. Scheiße. Bitte geh durch. Bitte geh durch. Zauber, 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 zauber. Boah. Also ohne Mana-Verbrennung hätten wir das, glaube ich, jetzt nicht kaum noch geschafft, weil er irgendwie unserer Festung immer widerstanden hat. Scheiße. Und hätte er die Mana-Verbrennung noch einmal unterbrochen, wir wären tot gewesen. Boah. Glück gehabt. Verdammtes Glück gehabt. Dort steht der nächste Flickwerksoldat. Ja. Wie. Scheiße, die Viecher spawnen alle nach, dann haben wir keine Chance. Dann brauchen wir es nicht weiter zu versuchen. Wir werden uns hier nie durchkämpfen können, wenn hier alles ständig respawnt. Schmiedlehrling und alles, nee. Nee, die Quest muss warten. Die ohne Gruppe kommen wir hier nicht durch. Tut mir leid. Aber wir können zum Abschluss nochmal hier diese beiden obsidieren Golems umhauen. Äh, Gargoyles. Sag ich, Golems. Hier nochmal Feuerball in deiner Fresse. Aber ich werde auch nochmal ein bisschen im Auge behalten. Vielleicht respawnen auch nur einige Mobs, nicht alle. Ich weiß ja wirklich nicht, wie das hier geregelt ist. Ich bin jetzt eigentlich gewohnt, dass Instanzen in den Instanzen nichts nach respawnt. Aber das kommt dann halt aus anderen Spielen und so, ne. Wo man Instanzen dann wirklich komplett leer räumen kann. Andererseits hat das natürlich seinen Vorteil, wenn die Mobs nachspawnt können. Dann hat man auch ein bisschen was zu tun und zu kämpfen. So, Flammen von Velios. Und zack. Zwei Gargoyles umhauen nochmal. Mit ein paar Steintrümmern. Was bringen die? Sind wieder ein bisschen was zu verkaufen. Gut. Hm. Ich würde sagen, wir beenden erstmal diese Folge. Ich werde das im Auge behalten, ob hier noch mehr respawnt. Wenn ja, dann haben wir leider keine Chance und müssen es anders machen. Wenn nein, dann werden wir mal gucken, wie viel wir noch schaffen können in den nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich euch was. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.